Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uri-Heinze-Blend-Virus. Ich bin Manu, das ist Uri. Und wir machen einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Wir müssen da, da lang, Moment, da, ja. Jetzt mal die Dinger hier kaputt machen. Raus. So, speichern. Wir waren da, wir müssen jetzt links rüber. Okay, aber Moment. Ah, in dem anderen Teil hätten wir noch Punkte sammeln können. Okay. Ich meine, wir haben hier vorne gespeichert. Der war ganz schön gemein, ne? Wir gehen hier mal rein. Wir können hier jetzt nämlich runter. Da. Zack. Okay. Haben die Punkte übrigens soeben einkassiert. Speichern eben die wieder. Ich weiß. Ich hätte mich leider nicht treffen sollen. Ich weiß. Ich hätte mich leider nicht treffen sollen. Ach, Mensch. Ich kann auch hier lang. Irgendwie mögen mich die Typen überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir hier lang. So, die Seelenverbindung ist noch nicht aufgeladen. So, wir sprechen direkt hier. Okay, das funktioniert nicht. Ach, ich muss da rüber. Ich habe das. Ich dachte, das wäre so eine Nebengrafik. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wozu ich das gerade mache. Ich weiß nicht, wozu ich das gerade mache. Spiel gespeichert. Aber irgendwas passiert hier. Oh. Oh, nee. Gut. Diese Momente, worauf man echt nicht stolz ist. Oder wo man richtig Panik schiebt hier mittlerweile. Oh, hier geht es doch runter. Ja. Okay, also müssen wir hier schnell durch, oder wie? Hmm, wir müssen da sehr schnell durch. Okay, kriegen wir Ina? Nein, den kriegen wir auch nicht. Mensch, nu, er lauft doch dann mal hoch. Nu, komm. Wie soll ich das denn überleben, bitte? Ich speichere hier Vorsichtshalber. Okay, irgendwas haben wir auch hier verblockiert. Sprich, da... Ich würde sagen, speichern, ne? Oh, geschafft. So, damit hätten wir links erfolgreich beendet. Ja, ich weiß, ich lasse die Punkte überall stehen, das riecht mich so ein bisschen gerade auf. Das Problem ist, es geht, glaube ich, gar nicht anders. Ich speichern hier eben. Okay. 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 Ich denke, wir müssen erst trotzdem noch auf die andere Seite, bevor wir was machen. Ich speichern mal im Tür, gucken, was wir für zwei Punkte kriegen. Ähm... Ich löse den Radius. Mach mal das mal. Nein. Ich denke, dass ich den gerade noch gespeichert hätte. Ich denke, dass ich den gerade noch gespeichert hätte. Okay. Und dann wieder. Okay. Keiner von uns hoffen, ne? Okay. Okay. Ich kann hier auf jeden Fall speichern. So. Dann hätten wir links und rechts, glaube ich, so ziemlich alles. Ja, dann müssen wir da unten weitermachen. Das Problem sind nicht die, die da unten drin hocken, sondern das Problem sind die, die da an der Mauer habe. Oh Gott. Doppelbeschuss. Doppelbeschuss. Das kriegen wir. Ist der jetzt K.O.? ok wie ist der ko beim nächsten möglichen zeitpunkt speichere ich auch eben es wäre hier nehmen wir jetzt mal links und rechts ok ich weiß da geht gleich wieder die post ab die scheint wohl nicht allzu viel zu sein ok ja gehen wir mal rein ok das element der wärme ist zum greifen nah wenn die elemente wieder hergestellt sind können wir die folgen ihres zorns rückgängig machen gleich spritzt über lava aber ich hab das in den letzten paar malen schon mitgebracht oh nein der dämliche vogel ja das ist das ist zu viel das ist einfach too much weil klar kann man das schaffen das sage ich nicht zu aber das ist für normal ist zu viel weil du hast ja so viele sachen worauf du dich einstellen muss ja 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 da ja du Ach hier, äh, ich vergesse den Namen immer von dem Charakter. Oh. Blau. So, das ist scheiße gebaut, wa? Ich will ja nicht viel sagen, aber das ist wohl ein gekochtes Ei. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Blumen blühen. Wir haben es geschafft. 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 ob Jürgen was in den Kommentaren nachher finden würde bis zum nächsten mal bis dann ciao und Amen. 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 Amen.